Schönen guten Morgen, mein Name ist Thomas Brunner. Ich bin der Vorstand der Universitätsklinik für Strahlentherapie, Radio-Onkologie in Graz. Ich bin gleichzeitig verantwortlich für das Koordinationsbord Patientinnen- und Patientenversorgung des Universitätskrebszentrums Graz. Sie sehen hinter mir ein Flugzeug. Wir heben ab. Das ist unser Ziel. Die Onkologie will mehr und mehr erreichen, auch wenn die Bedingungen neblig sind, wie Sie hier sehen. Dann treffen wir in der Strahlentherapie zielgenau auf den Millimeter dahin, wo wir hintreffen sollen. Das kann im Gehirn sein, das kann in der Lunge sein, in der Leber, in der Bauchspeicheldrüse und geht hinab bis zur Prostata. Ich möchte mit diesem Lauf, den 5-Kilometer-Lauf heute am Weltkrebstag unterstützen, dass die Patientenlücke, Close the Care Gap, so wie das Motto heißt, geschlossen wird und rufe Sie dazu auf, auch ein Zeichen zu setzen gegen Krebs. Vielen Dank.